Bo nimmt dann als bayerische Ska-Band ein Albo auf, wenn ich es in einem italischen Vorschlag von München. Und jetzt wollen wir mal reinschauen hier. Hast du tätowiertes Arschloch gesagt? Also ich würde sagen, so schneller, ne? Schaut ja nicht, ne? Wie schnell ist er denn? 180. Ah, 200 kriegen wir schon hin. Die letzte Aufnahme war eigentlich, also gut, es hat das Telefon geklingelt zum Sturm zu geben, aber das, was ich gehört habe, war eigentlich ziemlich cool. Das war eine ziemliche Challenge hier für einen Sänger. In 18 Sprachen. 14 Songs in 18 Sprachen. Ja, 14 Songs in 18 Sprachen, genau. Jetzt weiß man, warum es schwierig ist. Ja, war wohl nix mit dem First Take. Den ersten auch gleich nochmal, weil das war schwach-Thoristik. Markus, kannst du nicht lesen? Woran liegt das? Anab-Bis-Hutfa. Klar, da steht Anab-Bis-Hutfa. Klar, da steht Anab-Bis-Hutfa. Ah! 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 Das ist nur einmal! Wurscht! Zwei Mal! Oh mein! Hübsch, oder? Jetzt kommt die Belohnung. Ein Bier. Große Anstrengung. Flüssiges Gold. Im Studio. Endlich. An zwei harten Tagen. Wo ist es? Ah! Hinten, vorne. Nein, er hat's vergessen. Beep-Up! Beep-Up! Ein Handy-Hot-Gil. Hat so viele Leute gehört. Scheiße, Beep-Up, ne? Mitspielen! Mitspielen! Ja, mitspielen! Mitspielen! Endlich geschafft. Endlich, endlich, endlich. Jetzt muss nur noch der Conny gut singen. Weil wir waren alle gut. Wir waren alle hammergut. Und jetzt muss ich gar nicht einsingen. Oh, jetzt muss ich gar nicht einsingen! Geil. Jeder kann Musik machen. Oder zwei Mai-Thai. Oder zwei Mai-Thai. Es lag nicht an den Mai-Thai. Es lag an meinem Alter. Klavation. So jetzt, das war ganz cool, jetzt hier filmen, aber wir müssen leider noch einen Tag machen. Ich glaube, das kriegen wir noch schöner her. Ich glaube auch. Also nochmal von vorne hier. Ab da. Das Leben ist zu kurz. Das Leben ist zu kurz. Charmaine, Charmaine. Keine Zeit zu verlieren. Das Leben ist zu kurz. Lass es einfach passieren. Geil. Untertitelung. Vielen Dank.